Das war der Tal Relic-Marsch, ich spiele aber mal langsam vor. Der geht jetzt natürlich auch wieder ins Eingemachte, der Rehsang ist für alle drei Teile der schwierigste, geht da auf verkehrt los, erste Reihe auf Zug, schien runterfahren, dann der Gabelgriff, so darin greift man, weil da der nächste ist. Bis dahin, ich werde einmal bis dahin spielen. Fangen wir mit dem Anstrich passen. Da springe ich einmal. Da ist ein guter Punkt zum Luftholen, weil das punktierte Noten sind, also Staccato-Noten, da da die Luft holen, weil wir dann mal den nächsten Teil nicht mehr auf Druck spielen, sondern auf Zug, weil der da besser liegt. Jetzt spielst du, sag dir nochmal, wo das Luftholen so ist. Bis dahin, darf ich das einmal üben. Erster Teil. Und dann kommt dieser Sechzehntel-Noten-Part. Oder ja, so schaffe springen. Dann musst du den einen als den nächsten mit drei, vier nehmen, weil dann kommt der Griff. Einspringen. Und jetzt geht's wieder von vorne los. Waspixel. 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 Untertitelung. BR 2018